Das heutige Horoskop, Skorpion, 8. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Machen Sie sich bereit für eine ziemlich intensive Zeit, die heute vor Ihnen liegt. Denn die süße Venus, unser Göttinnenplanet der Romantik und Anziehung, wird durch den Himmel Ihres Solarhauses der Freundschaften tanzen und sich im Treigen mit dem hinreißenden Pluto verbinden. Eine tiefe Intensität kann sich in Ihrem sozialen Leben, einem Bekannten oder sogar einem Ex manifestieren. Jemand kann aus dem Schatten hervortreten und sich wie eine karmische Verbindung oder eine Zwillingsflamme fühlen. Einerseits könnte das wahr sein und Sie könnten sich sehnsüchtig verlieben, aber es könnte auch eine Illusion sein, insbesondere wenn Sie sich zu einer heimlichen Affäre verleiten lassen. Eine transformative Interaktion könnte alles verändern. Bereiten Sie sich darauf vor, dass etwas ans Licht kommt, wenn Venus in Jungfrau im Treigen zu Pluto im Steinbock steht. Das erdige Treigen könnte Ihnen helfen, eine bahnbrechende Entdeckung zu machen. Möglicherweise unterhalten Sie sich mit einigen Kollegen und dabei könnte tiefer schüttet werden, was Ihre Sicht auf Ihre Arbeitsgemeinschaft verändern könnte. Jemand könnte sogar etwas sagen, das so unglaublich aufschlussreich ist, dass es Ihnen hilft, sich Ihrer beruflichen Ambitionen sicherer zu fühlen. Was auch immer in Ihren Gesprächen zur Sprache kommt, wird Ihnen zweifellos eine neue Perspektive auf Ihr Arbeitsleben eröffnen. Der heutige Abschied des Mondes aus Ihrem Berufsfeld und insbesondere nach seinem freundlichen Blick auf die Planeten gestern an der Arbeitsfront sorgt nicht nur für einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Da Merkur nur noch drei Tage vor Beginn der ersten Planetenaktivität in Ihrem Einkommensbereich des Jahres ist, können Sie sich mit geschärftem beruflichen Instinkt darauf vorbereiten und sich gleichzeitig emotional und intuitiv engagiert fühlen. Der heutige Transit unterstreicht Ihren scharfen, erfinderischen Geist. Du wirst unzählige Möglichkeiten finden, das Gleiche zu tun, damit es nicht langweilig wird. Sie können Ihren Kindern vor dem Schlafengehen problemlos Geschichten ausdenken. Während Sie in der Arztpraxis warten, können Sie sich vergnügen. Achten Sie jedoch darauf, nicht in der mentalen Welt zu versinken. Es ist wichtig, dass Sie sich an Ihr Trainingsprogramm halten, um ausgeglichen zu bleiben und diesen Transit zu genießen. Willkommen an einem Tag! Wenn Sie gestern nicht viel erreicht haben und dies heute noch vorhaben, überdenken Sie Ihre Pläne. Ein Großteil der Energie wird sich heute um eine Schwingung drehen, die sich auf das Zuhause und die Familie konzentriert. Wenn Sie heute zu Hause sind, wird Ihnen das natürlich gut tun, denn es gibt viel, was Sie tun können, um ein Erfolgserlebnis zu verspüren. Aber wenn Sie am Arbeitsplatz sind, könnte es weitaus schwieriger sein. Planen Sie, sich heute Abend mit Ihren Lieben zu treffen, um Ihre Gedanken zu beruhigen und Ihre Konzentration wieder zu gewinnen. Auch wenn der Mond morgen Ihren Karrierebereich verlässt, sollte dies immer für einen guten Start in die neue Arbeitswoche sorgen, aber das wird Auswirkungen darüber hinaus haben. Dieser erste Besuch, seit Venus und Juno in diesem Jahr alle planetarischen Aktivitäten an der Karrierefront beendet haben, ist eine Gelegenheit zum Einchecken, während Ihnen ein freundlicher Aspekt zum Nordknoten und beiden Planeten in Ihrem Arbeitssektor viele Einblicke in beide Fronten verschafft. Nur vier Tage bevor Merkur in diesem Jahr die erste planetarische Aktivität an der Einkommensfront beginnen wird, ist dies eine Gelegenheit, sich zunächst beruflich zu orientieren. Auch wenn es im Laufe Ihres Geburtstagsmonats zu Spannungen zwischen Ihren persönlichen und Ihren Beziehungsbedürfnissen kommen wird, werden Sie nächste Woche um diese Zeit das Schlimmste durchgemacht haben, außer dass Sie dann auch die Vorteile erleben werden. Wenn es zu einem Konflikt zwischen Uranus an der Beziehungsfront und dem Zwergplaneten Ceres im Skorpion kommt, der sich zu trennen beginnt, erhalten Sie ein tieferes Verständnis dafür, was Sie von Ihren Beziehungen erwarten und was Sie von Ihnen benötigen. Täglicher Planetenüberblick Während der Mond vom Löwen zur Jungfrau wechselt, überschwemmt uns eine neue Energiewelle und lädt uns ein, sie in verschiedene Aspekte unseres Lebens zu lenken. Diese neu gewonnene Kraft kann genutzt werden, um anstehende Projekte, Ausarbeiten, persönliche Unternehmungen oder andere mentale Aufgaben, die auf unserer To-Do-Liste standen, in Angriff zu nehmen. Während unser Energieniveau im Laufe des Tages schwanken kann, vermittelt die Kombination feuriger und erdiger Energien ein Gefühl von Ausgeglichenheit und Stabilität. Ihr Enthusiasmus strahlt in dieser Zeit hell aus und es ist ein günstiger Zeitpunkt, Ihre Überzeugungskraft einzusetzen, um Ihrem Partner Ihre tiefen Gefühle auszudrücken. Planen Sie eine besondere Überraschung, um das Gefühl der Harmonie zwischen Ihnen beiden zu fördern. Ihr entspanntes Auftreten, gepaart mit Ihren organisatorischen Fähigkeiten, wird dazu beitragen, ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und Sicherheit zu fördern. Seien Sie vorsichtig, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Wenn Sie Ihr Kapital zu diesem Zeitpunkt investieren, kann dies negative Folgen haben, die sogar katastrophale Ausmaße annehmen können, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Sie sich für die falsche Anlage entscheiden. Wenn Sie langfristige Kaufpläne haben, ist es ratsam, diese zu verschieben, da unvorhergesehene Ereignisse Ihre Absichten bald zunichte machen könnten. Priorisieren Sie die Selbstfürsorge und bemühen Sie sich, so viel wie möglich auszuholen und zu entspannen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit Stresssituationen konfrontiert sind. Beurteilen Sie, ob es sich lohnt, Ihre Energiereserben zu verbrauchen und überlegen Sie, wann Sie sich anstrengen und wann Sie einen Schritt zurücktreten sollten. Darüber hinaus befindet sich Venus an ihrem letzten Tag in ihrem Arbeitsbereich und bildet in ihrem Karrierebereich einen freundschaftlichen Aspekt mit Pluto. Diese Ausrichtung sorgt nicht nur für einen positiven Start in die Arbeitswoche, sondern stärkt auch Ihr berufliches Selbstvertrauen. Venus hat Arbeit und berufliche Angelegenheiten in eine lukrative Richtung gelenkt und Ihnen ermöglicht, sich auf einen lohnenden Weg festzulegen. Es ist eine hervorragende Zeit, sich sowohl bei Ihren beruflichen als auch bei Ihren finanziellen Unternehmungen gestärkt zu fühlen. Himmel für heute Während wir uns in diesem Jahr der ersten weltweiten Aktivität in Ihrem Finanzsektor nähern, beginnt ein neues Kapitel Ihrer Finanzreise. Diese Phase konzentriert sich weniger auf den Geldeingang als vielmehr auf die Verwaltung und Maximierung der bereits vorhandenen Ressourcen. Anders als im Vorjahr wird dieser finanzielle Wandel nicht bis Weihnachten abgeschlossen sein. Stattdessen gleicht es einer Reihe von Flugzeugen, die bis weit in den Februar hinein zum Landen und Starten aufgereiht sind. Während Sie darauf warten, dass diese finanziellen Entwicklungen eintreten, bleiben Sie aufgeschlossen und fördern Sie gleichzeitig ein Gefühl der Vorfreude. Während Venus morgen in Ihren Einkommensbereich zurückkehrt und die möglicherweise finanziell lohnendsten Wochen des Jahres einläutet, bietet sich heute die Gelegenheit, sich weiterhin auf die andere Seite des Finanzspektrums zu konzentrieren. Nach einer positiven Ausrichtung auf den Nordknoten und beide Planeten in Ihrem Finanzsektor gestern, hinterlässt der Abschied des Mondes von einem intuitiven und fantasievollen Sektor bei Ihnen ein gesteigertes finanzielles Selbstvertrauen und ein gesteigertes Gefühl für Kreativität. Es ist wichtig, nicht entmutigt zu werden, wenn die Ereignisse nicht genau wie geplant verlaufen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie nennenswerte Fortschritte machen werden und widerstehen Sie in solchen Fällen dem Drang, die Schuld auf andere zu schieben. Unrealistische Erwartungen können zu Enttäuschungen führen, aber denken Sie daran, nicht aufzugeben, nutzen Sie stattdessen die Chancen, die sich Ihnen bieten. Gehen Sie mit Bescheidenheit und nicht mit Gewalt an Aufgaben heran, denn die heutige Zeit bietet großes Potenzial für bedeutende Neuanschaffungen. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, um ein gutes Geschäft zu erkennen und lassen Sie sich nicht so schnell entmutigen. Ihre Freunde können Ihnen bei Bedarf ehrliche Ratschläge geben und es ist ein guter Zeitpunkt, überschüssiges Geld sinnvoll anzulegen. Es ist wahrscheinlich, dass die Dinge reibungslos laufen und Sie sind bestens gerüstet, um die richtigen Geschäfte abzuschließen. Dies ist eine vielversprechende Zeit für Ihre finanziellen Bestrebungen. Bleiben Sie also geduldig und bewahren Sie eine positive Einstellung, während Sie diese transformative Zeit meistern.